Also meine Aufgaben sind eigentlich relativ breit gefächert, das heißt ich habe von Webdesign über Logo-Entwürfe bis hin zu Broschüren, Flyer, Visitenkarten, alles mit dabei. Ich kümmere mich gerade um die Speisekarte für Fairhouse kaputt. Wir haben das mit denen zusammen entwickelt und damit sich auch das Fairhouse damit identifizieren kann, haben wir vor allem viel in Blau- und Brauntönen gearbeitet, um nochmal diese Nähe zum Wasser darzustellen. Das Logo ist mit der Hand gezeichnet worden, was auch wieder so dieses selbstgemachte, rustikale widerspiegelt. Genauso ist die Speisekarte auch aufgebaut. Es ist eben mehr ein Magazin als eine Speisekarte. Da haben wir so ganz viele Anzeigen drin. Eine Übersichtskarte für tolle Anlaufstellen. Also es soll mehr dem Kunden zeigen, was man alles Tolles im Kaputt erleben kann, anstatt nur Weisen darzustellen.